Wir leben Wrestling Triple H und Roman Reigns lehnten Idee von The Rock ab. Wie bereits berichtet, sollte Roman Reigns vs. The Rock ursprünglich der Main Event von WrestleMania 40 werden. Das bestätigte nun auch Brian Gerberts, der persönliche Producer von The Rock, nochmals. Der Wrestling Observer vermeldet in diesem Zusammenhang, dass The Rock das Match sogar gewinnen wollte, um anschließend die Undisputed WWE Championship zu vakantieren und als People's Champion weiterzumachen. Allerdings lehnten sowohl Triple H als auch Roman Reigns diese Idee wiederholt ab. Letztlich hörten die Offiziellen auf die Fans, weshalb Cody Rhodes schließlich WWE Champion bei WrestleMania wurde. MJF verlängert bei AEW MJF hat vergangene Nacht bei Double or Nothing seine Rückkehr zu AEW gefeiert. Nachdem er Adam Cole attackiert hatte, verkündete er am Mikrofon sein Comeback. Letztlich bestätigte MJF die Gerüchte, dass er bereits einen neuen Vertrag bei AEW unterschrieben hat und bekräftigte vorerst, nirgendwo anders hinzugehen. Edge verletzt? Adam Copeland könnte sich bei Double or Nothing möglicherweise ernsthaft verletzt haben. Tony Khan erklärte in der Pressekonferenz nach der Show, dass Copeland sehr angeschlagen sei und von den Ärzten behandelt werde. Copeland war während seines Matches mehrere Meter in die Tiefe auf Malachi Black gesprungen und landete dabei unglücklich auf seinen Füßen. Es bleibt abzuwarten, ob er sich ernsthaft verletzt hat. Der Vertrag von Brian Danielson bei AEW läuft noch in diesem Jahr aus, das bestätigte Tony Khan nach Double or Nothing. Weiter bemerkte der 41-Jährige, dass noch unklar ist, wie es danach für Brian weitergeht. Jedoch werde er alles daran setzen, ihn davon zu überzeugen, bei AEW zu bleiben. Khan erklärte, dass er praktisch jeden Tag mit Danielson spricht, da beide hinter den Kulissen sehr eng miteinander zusammenarbeiten.